Warnhinweis. Diese Podcast-Folge könnte deine Lebensqualität verbessern und dafür sorgen, dass dein Unternehmen weiter wächst. Weiterhören auf eigene Gefahr. Diese Folge von Der gefälligste Mann der Welt wird präsentiert von Black Swan. Black Swan bietet Business- und Performance-Coaching für Unternehmerinnen und Unternehmer und solche, die es werden wollen. Egal welches unternehmerische Problem dich derzeit plagt, wir helfen dir dabei, es zu lösen. Weitere Infos unter www.theblacksworn.de Heute geht es um Szenarien und die Frage, was wäre wenn? Wie Szenarien dir bei der Planung helfen und dabei in Stresssituationen einen kühlen Kopf zu bewahren? Darum geht es in dieser Folge. Herzlich Willkommen bei Der gefährlichste Mann der Welt, dem Business-Coaching-Podcast mit Wolfgang Kierdorf. Hast du dich auch schon mal gefragt, wie zur Hölle machen das die anderen? Denkst du auch manchmal, wie geht das, was ist der Trick? Hier erfährst du es, denn das Denken, das dich hierhin gebracht hat, ist nicht das Denken, das dich an dein nächstes Ziel bringt. Fertig für den Impuls? Hier ist dein Gastgeber, Wolfgang Kierdorf. Herzlich Willkommen in der dritten Season von Der gefährlichste Mann der Welt. Mein Name ist Wolfgang Kierdorf und ich bin Business- und Performance-Coach. Auch heute gibt es wieder eine ungeskriptete Folge und wenn du diese Folge nach der Corona-Apokalypse hörst und die ganze Welt komplett entvölkert ist, dann ist es für Szenarien eigentlich schon zu spät. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass Szenarien von den Leuten eingesetzt wurden, die vorhergesehen haben, dass eine Corona-Apokalypse passieren würde. Egal, Themenwechsel. Was sind eigentlich Szenarien? Szenarien kennt man aus irgendwelchen Militärfilmen, wo Leute sich überlegen, was passiert, wenn der Feind da angreift und der Feind da angreift und wenn wir da hinschlagen. Aber Szenarien können uns auch im wirtschaftlichen und sogar im persönlichen Kontext helfen. Für mich sind Szenarien Planspiele, die ich auch ganz oft mit meinem Mandanten spiele, nämlich die Frage, was wäre wenn? Was wäre, wenn wir den Preis komplett auf x Prozent reduzieren? Was wäre, wenn wir den Preis verzehnfachen? Was müsstest du tun, um statt einem Millionen Umsatz sofort 10 Millionen Umsatz zu machen? Diese Art von Planspielen verändert die Art und Weise, wie man denkt. Sie verlässt die normalen Bahnen des alltäglichen Denkens. Und stell dir mal die Frage, was wäre, wenn plötzlich eine Viruspanik die Weltwirtschaft lahmlegen würde? Was würde das mit deinem Unternehmen machen? Interessante Frage, eine, die ich meinen Mandanten in der Tat nie gestellt habe, diese sich aber jetzt gerade stellen und teilweise sogar schon die Antwort darauf bekommen, weil zum Beispiel Veranstaltungen abgesagt werden, wie zum Beispiel die Buchmesse oder größere Veranstaltungen wie ganz normale Messen, wo meine Mandanten vielleicht mit zu tun haben. Und was bedeutet das für die Leute, die für die Leute arbeiten, die das tun? Das ist ja eine Kausalkette, die sich dann weiter fortsetzt und wo immer mehr Menschen betroffen sind, mehr Unternehmen betroffen sind. Also Aufgabe für heute, überleg mal, was so eine mögliche Viruspanik, die wir sie vielleicht gerade aktuell erleben, mit deinem Unternehmen machen kann und was du dagegen tun kannst, damit es dich nicht erwischt. Wofür sind sie nachher gut? Meiner Ansicht nach für zwei Dinge. Nämlich zum einen für die Planung, also sprich ganz klassisch so eine Art Best-Case, Worst-Case-Planung. Also was kann im besten Fall passieren, was kann im schlimmsten Fall passieren, zum Beispiel bei Finanzen. Wenn wir Business-Pläne machen, dann erwarten auch Banken und Kapitalgeber ganz oft, dass man eine Best-Case- und eine Worst-Case-Planung macht, wo man eben beschreibt, was im besten Fall umgesetzt wird oder verkauft wird und was im schlechtesten Fall umgesetzt und verkauft wird. Und auch die Frage, was wäre, wenn? Was wäre, wenn heute Produkt XY nicht mehr hergestellt würde? Was wäre, wenn Lieferant XY ausfällt? Also diese Szenarien zu bauen und zu überlegen, welche Auswirkungen hat das auf mich und mein Geschäft? Die zweite Variante, wofür Szenarien im Kontext von Unternehmen gut sind, ist Angstbewältigung. Und zwar im Sinne von einen kühlen Kopf bewahren in Situationen, die einen sehr emotional mitnehmen. Wir hatten letzte Woche das Thema Wut. Oder Situationen, die einen für den Moment überfordern. Das heißt, ein Szenario zu erstellen oder mehrere Szenarien zu erstellen, durchzuspielen, was kann im schlimmsten Fall passieren und was ist die Konsequenz daraus? Was muss ich tun, um das wieder in Ordnung zu bringen? Wie viel Schaden richtet das vielleicht an? Dann die Frage, was kann im besten Fall passieren? Also vielleicht ist alles gar nicht so schlimm. Und die Frage, was ist wahrscheinlich, das passiert unter den gegebenen Umständen? Dieses Szenario durchzuspielen, dieses Szenario sich zu überlegen. Wird ein Szenario nicht nur zur Planung, sondern zur Durchführung und Vorbereitung einer Entscheidung aufgebaut, dann erkennt man durch das Szenario, welche Risiken noch bestehen und auch, ob einem Informationen fehlen, die Entscheidung fundiert treffen zu können. Es gibt so eine goldene Regel, wenn man 80% der Informationen hat, die für eine Entscheidung nötig sind, sollte man die Entscheidung auch treffen. Das basiert so ein bisschen auf dieser Idee, dass die besten Manager eben die sind, die mit weniger als 100% Informationen eine fundierte Entscheidung treffen können und auch treffen. Und als Unternehmer sind wir auch die Manager unserer Unternehmen und damit sind Szenarien und die dadurch gewonnenen Informationen, beziehungsweise der Grad der gewonnenen Informationen ganz entscheidend, um Entscheidungen treffen zu können. Fassen wir nochmal zusammen, die richtigen Momente für Szenarien sind, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen. Dann werden Szenarien genutzt, um zu schauen, gibt es Risiken oder fehlende Informationen. Szenarien werden genutzt, um zu planen und über die Zukunft nachzudenken, in was wäre wenn Szenarien. Und Szenarien werden genutzt, um Angst und Unsicherheit zu bewältigen. Also was kann im besten Fall passieren, was kann im schlimmsten Fall passieren. Was müssen wir tun, um das zu verhindern, beziehungsweise den Schaden zu korrigieren. Und was ist das, was am wahrscheinlichsten passieren wird. Wenn wir uns dieses ganze Corona-Thema hier anschauen, in dem wir gerade drinstecken, wenn du gerade die Folge hörst, im März 2020, dann hat glaube ich keiner mit diesen Auswirkungen gerechnet, die das auf unsere Wirtschaft haben würde. Weil sich keiner die Mühe gemacht hat, dieses Szenario einmal anzuschauen. Und warum auch? Solange sowas nicht existiert, so ein Virus nicht umgeht und solange wir auf der rationalen Ebene bleiben, und da sind wir ja schon nicht mehr, mit Hamsterkäufen und den ganzen Sachen, würde man das auch nicht denken, dass sowas passieren könnte. Also meine Aufgabe an dich für diese Woche, denk mal über dein Corona-Szenario nach. Was wäre, wenn die Welt von einem verrückten Virus überfallen wird? Oder was wäre, wenn die Welt einer Zombie-Apokalypse erliegen würde? Was würde das für dein Geschäft bedeuten? Oder wenn du diese Woche eine Entscheidung zu treffen hast, nutze Szenarien, um zu schauen, was passiert, wenn ich die Entscheidung mit Ja, was passiert, wenn ich die Entscheidung mit Nein treffe? Was passiert im besten Fall? Was passiert im schlechtesten Fall? Was müsste ich tun, wenn ich die falsche Entscheidung treffe? Was muss ich tun, um es wieder in Ordnung zu bringen? All diese Dinge. Dafür sind Szenarien gut. Und ich benutze das im Coaching regelmäßig, manchmal auch ohne es explizit Szenario zu nennen. Aber es hilft dabei, den Gedanken freien Raum zu lassen. Und es hilft dabei, nicht blind in Situationen zu rennen, die man eigentlich hätte vorhersehen können. Mal abgesehen von sowas wie Corona. Soviel zum Thema Szenarien. Wenn du jetzt denkst, jemanden wie dich, der mich dabei unterstützt, mein Unternehmen voranzubringen, den könnte ich auch gebrauchen, dann findest du unter www.theblacksworn.de weitere Informationen zum Thema Business Coaching. Wenn du Fragen hast, egal ob zu dieser Folge oder zu einem anderen Business Thema, dann stell diese bitte jetzt in den Kommentaren. Ansonsten abonnieren, gefährlich werden und keinen Impuls mehr verpassen. Unsere aktuellen Vorträge und Workshops findest du wie immer unter events.theblacksworn.de Das war's für heute. Mein Name ist Wolfgang Kierdorf und ich bin da, wenn du mich brauchst. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020